Herzlich Willkommen zurück zu Professor Play's Hundestreicheln in Fallout 3 mit einem Gula on Fire. Wenn das nur geht, wirklich gehen würde. Ich habe hier diese Transport-Mator-Station erreicht, in der ich vollkommen unnötig im Kreis herumgehe, weil wir sehen, hier gibt es nicht. Uh, da drüben ist ein Dude. Kannst du nicht, während ich mit ihm rede, kannst du schon einmal entscheiden, wo er da reingehen oder nicht. Oh ja, ich glaube... Was musst du? Ich kann dich fixen. Alles, was du... Cheap. Haben wir inzwischen irgendwas gefunden. Ich kann mir noch Zeug, dass wir... Ah ja, weil im Turm drinnen irgendwas... Ah, siehst du das, äh... Ja... Urgelesen, Illustrated, sollten wir dann lesen. Genau. Da haben wir einen Steam-Bag refinanziert. Und dann müssen wir eine Wasserflasche geben, bitte. Das zählt ja schon fast als Gute. Ja, schade nicht, wenn wir kurz reinschauen. Power Station. Ha, ich wollte sagen, ich verstehe zwar immer noch nicht ganz, wie das wie ein Heft-Essen einen Skill verbessert, aber... Weil lesen tun wir es offensichtlich nicht in dieser Zeit. Äh, du nimmst die... Ja, wie gesagt, das ist jetzt schon so... Lieber mit dem Terminal machen, weil das ist so offensichtlich, dass du mit dem Terminal das aufmachst. Ja, aber das eine... Es ist blanke Zeitverschwendung, dieses Minispiel, genauso wie das andere. Ja. Es ist blanke Zeitverschwendung. Oh, das ist mir übrigens aufgefallen, dass sie in New Vegas, in den DLCs, sind die Minigames wesentlich kürzer gehalten. Im Sinne von, du hast ungefähr die Hälfte an Worten, die überhaupt gehen. Ja, ich glaube, das ist Average. Ja, genau. Da wollte ich nicht hindrücken, aber okay. Es ist jetzt eh manchmal... Es ist einfach nur die... Das Einzige, was der Sinn von dem Spiel ist, ist zu bestimmen, wie viel Zeit man daran verschwendet. Es ist nicht blinking. Es ist auch nicht scheming. Es ist auch nicht stealing. Es ist auch nicht stemming, weil die müssten alle mindestens vier haben. Das könnte sein, dass er war nämlich das Nächste. Zwei. Wow! Oh, Bobbypins. Yay! Naja, also... Lootmäßig war es nicht schlecht, nur diese Minigame... Also, wenn man... Man sollte vielleicht eigentlich schauen, ob es einfach Mods gibt, die die deaktivieren, weil es halt bringt ja wirklich nix. Ja. So, das letzte Mal waren wir weg zur Republic of Dave und da haben wir schon wieder keine Musik. Haben wir sie abgedreht, weil sie lästig war? Vielleicht. Wenn das Spiel eine Woche, nachdem ich es repariert habe, schon wieder parkt, dann bin ich langsam am Punkt, wo es mir alle Nostalgie nicht wirklich wert ist. Das Spiel ein drittes Mal neu zu installieren, dass die Musik wieder funktioniert. Ich meine... Und ich will mir nicht nur die ganze Zeit den Propaganda-Präsidenten anhören. War das schon die Republic of Dave? I fear so. Ja. Leider. Hat auch was mit Nicht-Fing-Quest zu tun, also hat was mit Quests zu tun. Machen wir vor, einen Hard Save. Ja. Weil, fuck. Und jetzt... Und jetzt muss ich maß manövrieren. Äh... Nein. Ja. Ja. die border security ist lächerlich da sie haben einen spielplatz also ist ja mehr infrastruktur als das halbe wasteland ja ja also die lustige ds hh ein typ sagt einfach er und seine familie sind eine republik und er lässt sich zum präsidenten wählen ha 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 ja wir haben schon wieder den sound also ich möchte festhalten das zweite mal dass bei dem spiel das abspiel der sounds kaputt wird betonung auf play republic wird aus nuka cola quad haben wir das andere mitgenommen aber müssen das später stehen we have i am dave president of the republic of dave you will address me as mr president or i will have you executed now are you applying for a citizenship asylum or just vacationing in the republic of dave lächerlicher speech check i seek citizenship in the republic of dave first off you will address me as mr president secondly after careful consideration the office of immigrant affairs reports that we've already exceeded our quota for immigration this year application denied you have 24 hours to leave the republic or face deportation aha was für eine gelungene satire der amerikanischen politik aha ... What be something i can do to stay hmm now that you mention it the president could use a new hunting rifle tell you what or you can just pay the 250 cap tax on unwanted refugees Wir fangen gar nicht erst an. Ja. Wir wissen es. Damn it. Anything happening in this place, Mr. President? There's an election for the next president. Don't look so surprised. Can't you? Uh. I really wouldn't know. I just got here. Ah. A seeker of knowledge then. Well, trust me. An election is what separates a president like myself from a monarch like my father. I mean, technically. You mean like your father was a monarch? You mean like the butterfly? How much radiation have you been exposed to? Yes. The butterfly, you moron. I meant the kind of leader that holds his office for a life. My father. When technically he heißt monarch, aus dem Griechischen nur Alleinherrscher. Could I help with the election, Mr. President? All right, sure. Why not? The people have a tendency to wait until the last minute to vote, but I'd like just to get it over with. I'll spare a few caps if you just tell each of the adults to get over to the voting booth sometime today, so I cinch the victory. Not that I have anything to worry about. Did you already vote, Mr. President? Of course I voted. I was the first to vote. Now I'm just waiting for the rest of the votes to come in. Hey, I hope you're not thinking of breaking into there. Dave says you're okay? Fine. So, was ist jetzt dein Electionplan? Äh. Da, 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 das war, wie gesagt, der... Wir können, ja, willst du ihn wieder wählen lassen, sollen wir uns wählen lassen? Das meine ich halt. Oh, dann würde ich gerne uns wählen lassen. Beziehungsweise wen kann man noch alles machen können? Who's running in the election? Ich befürchte, wir werden nicht die Speech-Schwerte haben, die wir da verbrauchen. Hm, ich glaube nicht, du kannst das tun. Du hast besser gefragt, Dave. Äh. Hast du, hast du für die Präsidentin gedacht? Nein. Okay. Ich meine, was wir wirklich brauchen von Dave ist, wenn er gerade am Boden sitzt, ist Dave's Special Key. Ja. Äh, nimm mal einen Stealth-Boys. Warte. I'd like... Who is eligible to vote? Bob, Shauna, Jessica, Rosie and myself. In der Repos... Rosie and Jessica are usually here in the Capitol. Bob usually hangs out outside near the... Shauna runs the museum... Ich glaube, Shauna kann man auch dazu überreden, dass sie sich wählen lässt. I think I'd throw my head into the ring of the presidency. I'm sorry. But the... Ich glaube, weil wir Refugee sind und nicht Citizen können wir nicht. Ich glaube, das haben wir an dieser Stelle schon... Ich glaube, der Punkt ist, er geht dann zu irgendein Ort, der voll mit Death Klaus ist und stirbt. Macht das Sinn? Das ist der Hauptgrund. Hallo. Ja, also, es ist... Also, Sachen, die nicht gut gealtert sind. Das ganze Spiel ist nicht gut gealtert. Weil du wahrscheinlich dich schnell bewegst. Weil es hier auf Millimeter ankommt und unser Pick-Pocket-Skill vermutlich absolut ausreichend ist. Also, damit ist es vollkommen wurscht. Schauen wir nachher, ob wir ihm das Geld klauen können von uns. Gut, das alte Safe Scamming. Was halt auch sucht in den Mechanismen in diesen Spielen. Aber weißt du was? Wir lassen, wir brauchen das Geld nicht so. Also, da haben wir... So, also, was wollen wir machen? Sollen wir sie einreden, oder? Ja, reden wir sie ein. Ah, falsch. Okay. Ich glaube, es waren nämlich nur zwei Leute. Und ich glaube, da eine Person war... Okay. ...die im Shop. So, Dave... So, Dave... So, Dave... I run the museum of Dave... Ah. Ah. I'd like to discuss the election with you. Have you considered running for... Ah, falsches da. Okay. Absolutely not. Okay. Also, Dave wählt für sich selbst immer... ...die zwei... ...ding so bei der... ...irgendeine andere Frau ist noch im Haus drin, hat er gesagt, oder? Ich glaube, da gibt es diesen einen Armd-Adult hier... ...den man auch noch... ...wes wird das sein... Ah, nein, das ist die Kasse und das Museum. Ich glaube, der Armd-Guide, der Keeps-Watch, nicht sehen wir uns. No, because he likes to look into war... ...stand the wars, okay. Come on, make it fast. I got chores. I'd like to discuss the election with you. Have you considered running for presidency? Man, I... ...and the first thing I do is make myself the permanent leader... ...so they couldn't vote me out in some other election. But there's no... Dave's score, uh... ...I think you should go for it. Yeah? Well, it just so... Okay, also ich glaube, wir haben nicht viel... Ja, wir können das natürlich auch safe skammen. Ja, wofür das dann an irgendeiner gewählt wird? So, wir brauchen eine dritte Person. Hey, honey, have you spoken to Dave? To Dave? Wir finden uns gerade im... ...Nach-Sales-Versenz-1. Ah, Rosie ist auch eine dritte Person. Ja. Siehst du, mich interessiert nicht einmal, wer da jetzt... ...weir uns have you considered. Have you considered that? ...I'm not really comfortable talking... ...not really comfortable talking... ...not really comfortable... ...and we can't wait in this location? jetzt mit einem verein abtände ja besagt ein vollkommen gut durchgesagt die seite spiel ohne irgendwelche probleme hat vermutlich weil so viele leute auf einmal raus sind hat sie in die tür eingespaut ist das die nein das ist die nein und we did pretty well for ourselves put what am i no okay yeah you know what oh you're right okay okay ich glaube die kann man vermutlich nicht beeinflussen oder nein nein you should go out already so er hat schon gewollt also wie gesagt kannst einfach hätte moment wo ja aber es muss irgendwer für sie wd für sich selbst sehr gut ähm äh aha beim in und herscon ist gerade schon die aufnahme wurscht gegangen ähm okay das war einfach eine berechnung diesmal habe ich es gecheckt so so ja okay die ist auch nicht manipulierbar oder kann es sein dass man sich manipulieren muss damit es funktioniert so das ist damit habe ich ja gesagt es ist ein willgen nein nein äh okay wo ist er auf der voting box wir könnten der nächsten person hinterherlaufen die weh hingeht ähm und da hat man beachtet das advanced defense system mhm 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 Eure a mhm w mhm mhm mu mhm 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 So einfach. Fun. Patronengurte müssen auch unangenehm sein. Und sind eigentlich bei automatischen Waffen auch keine sinnvollen Sachen. Wenn du mal nachladen musst, brauchst du drei Jahre. Aber gut. So, das heißt... Haben wir jetzt den Schlüssel schon? Den Schlüssel von Dave? Ja. Ja. Dann schau, ob du mal in den Ding reinkommst. In die Wahl. Zum Bayer-Ding, sie meint der. Ja, das wird doch vermutlich einen. Ja. Ich glaube, wir haben einen Schlüssel dafür. Ja. Ich hätte gedacht, das wäre der Schlüssel für... ...vom Ding. Schlimmste müssen wir noch wiederkommen, wenn du wirst. Ja? Was kann... Ah, looks like a... The votes are in. Oh, yes. I almost forgot. Oh, eine Special Weapon. Ja. Ich glaube, das ist doch ein bisschen beeilend. Let's see what we have here. A vote. Mimi. Good to see you. And another vote for me. A vote for Rosie. Wait a minute. Has somebody tampered with the ballot box? Hmm. After counting the votes, the president is... Rosie? Ah. Rosie can't be the president. No. This is unfair. This can't be. Fine. I'm leaving. See how you people do without me. Enjoy your new president. It was easy. Morning. Passive aggressiv, was eine Abwahl hinnehmt. Ja. Ja. Yep. Bravo, bravo. Was für eine Waffe ist das eigentlich genau? The Old Reliable. Oh, keine. Oh, painless. Oh, painless. Oh, painless. Es ist ein Hunting Rifle. Ja. Nicht viel Sinn macht. Ach. Whatever. Okay. Also, und jetzt später können wir die Früchte unserer Arbeit ernten, indem Dave irgendwo tot umsitzt. Äh, oder den Schlüssel kriegen. Und dann eigentlich, oder wollen wir warten, bis er rausgeht und wir... Ja, ich hätte das nicht im Zufall überlassen. Wie gelagern, wie... Nein, da war doch was mit Headshots, oder? Für was haben wir einen Raketenwerfer? Können wir doch nicht Headshoten, oder? Doch. Na gut, kommen wir uns das immer an. I stand corrected. Ah, das waren die Granaten, mit denen man nicht Headshoten kann. Hey. Hey. Ha, was macht er jetzt? Die Tür. Wie weit warten wir, bis wir einen Ex-Präsidenten ermorden? Besser bei dem, äh... Fuck, es ist kein Elektroturm, aber du weißt, was auch meine ist. Beim Rest der Hochspannungsleitung. Genau. Elektroturm. Bitte Volksbefragung, dass wir die alle umbenennen, ihr ab jetzt, und sie nur noch als... Tesla-Spulen bekannt sind. Tesla-Tower, bitte. You can't backstab him with a siege weapon. Ah, scheinbar ist das derselbe Schlüssel, oder? Möglich. Ja. Wir haben immer spart... Wir haben immer spart, von Tesla-Kloss zerfetzt zu werden, Leute. It's not as bad as it looks like. Actually... Stimmt das so, ja. Ja, ähm... Oh. Oh. Eigentlich... Also noch für alle, die verwirrt sind, da gibt's ein Quest, wo man Schlüssel von Leuten braucht. Und wenn man die hat, kommt man zur ohne Expansion besten Power-Armor. Um Sachen zu unterschießen. Schau, so viel Landschaft. Könnte nicht sogar, dass die über den Schorsteiner das Ding sein. Oh, ja. Ah ja, und wieder mal. Greifen meine Leute von irgendwoher an. So. Was ist denn jetzt der Plan? Settlements, Mainquest. Wollt' irgendein anderes DLC-Tackle, dass uns nicht ein Ding fladert. Warum ist da... Warum kämpft dann Jaogwa gegen... ...Menschen? Wer achtet sich noch fast mehr, wie ein Bärwolf ausschauen, als wie ein Bär. Werbären. Und wer hat so fladert wurde sind... Raiders. To the surprise of absolutely no one. Oh. This is gonna be fun. Kick ass! Yeah! In dir. Also da hab ich jetzt wirklich gebraucht, um die zu sehen. Ich mein... Über die Leiter kannst du hochklettern. Oh. Also theoretisch könnten wir von hier unten runtersnipern. Mhm. Gut. Gut, dass wir das gesehen haben. Also eine Female Raider Gang, vielleicht. Da gibt es die klassischen Bestandteile für... ...Sachen. Für ein Shish-Kebab. Ich finde das auch wieder so interessant, dass da... ...gefühl... ...überall nur derselbe Müll rumliegt. Oh ja. Und man sieht übrigens wie viel von dieser Outline Map, welcher ich nicht gesehen habe. Wir haben was im Grunde Oasis gemacht. Wer bitte hat ans Oasis-Apparat als Location? Ähm... ...irgendwer hatte. Irgendwer hat... Ja. Ähm... Ich glaube das war vielleicht sogar über den... ...und ein Broadcast von GNA. Wir haben übrigens... ...und dann den... ...den... ...zwei folgenden... ...die folgenden Mods gefunden. Die... ...Unofficial Fallout 3 Patch. Und dann den... ...Update den Unofficial Fallout 3 Patch. Ist der kompatibel mit Safe-Games? Wüsste warum der nicht kompatibel ist dann heute. So, ich suche dir erst eigentlich nur noch... ...nach dem Drogenlabor. Das war doch hier drinnen, oder? Ah ja da. Nur ein Bild, wir haben doch Sugar Bombs dabei, oder? So... ...ka-bam-bam. So, what did you bring me? Yeah. Beste Art von Pumpen. So, also die Frage random durch die Gegend rennen, was wir eigentlich nicht... Wir haben ja wie gesagt nicht vor, die ganze Map abzugrasen. Also... ...bis du einen Plan hast, renne ich hier halt mal... ...und lösche mal den Marker da zur Republic of the Earth. ...und renne ich nicht nach Norden, okay. Kornucopia Groceries. Ist aber ein guter Name für... ...nach dem Fühlhorn. Hupse die und springe die. Ah, irgendetwas bewegt sich auf der Straße. Das ist nicht feinsinnig. Es ist ja nur ein Onclef Boot. Oh, Paradise Falls. Der Slaver. Perfekt. Warum ist da ein feindlicher Mr. Gatze? Warum sollte der nicht hier sein? Oh, das tut mir wirklich weh. Okay, Notiz. Plasmawaffen tun auch durch eine Power Armor. Habe ich sie auch an? Ja, gut. Tun auch durch eine Power Armor. Das dauert durch ziemlich weh. Dann kriege ich nicht mehr einen Keen. Ah, genau. Paradise Falls mit den Slavern. Ich meine, böse werden wir ja. Hm. Hm. Wir müssen glaube ich nur ein Einstandsquest erfüllen und zeigen wie böse wir sind. Weil wir böse sind. Böse. Wie der Mensch auch General Evilness. Nee. Ich glaube der Eingang war auf der Seite. Nicht so schön, dass man eine spannende Location findet und da muss man einmal im Kreis drum herumrennen, bis man reinkommt. Hast du es schon auf der Karte markiert? Nein. Ich nehme an, es würden eben genug Leute beraten, dass das da ist. Böööö. Also nicht so, weil dann hättest du einfach fast traveln zum Eingang. Natürlich, wenn wir das wissen würden, aber es heißt ihn ja noch nicht. So, also. Paradise Falls ist die nächste 30 Minuten Location. Ich glaube das ist ein bisschen das Problem, was sie im nächsten Teil ja eigentlich mit Diamond City versucht haben. Oder was eigentlich, äh. Oder was dann auch New Vegas besser macht. Du hast halt wirklich eine Major Settlement und ein paar kleinere, die aber mehr als 30 Minuten Story haben. Und ich diese Menge an drei Häusl One-Joke-Settlements, die... Mh. Die zwei irgendwie einig fester waren, aber... Zumindest ist so meine Erinnerung, ja. Ähm. Genau, die ein Quest, ein Shop-Settlement. Weil in Florida New Vegas, du hast das Anfangsding, dann hast du... Du hast Prim, die eine ziemlich coole Storyline haben. Vor allem in Prim kannst du dann auch noch... Wenn du immer wieder kommst. Das sind aber auch technikell viele zerstörte Settlements. Also die, wo es auch kein Wunder ist, wenn da nur noch drei Hanseln am Leben sind. Hm. Ah, das wird vielleicht der Eingang sein, weil da die Karawane ist. Karawane, Karawane, Karawane. Wenn ich in die Luft schieße, ignorieren sie uns dann weniger. Weil die Runde Trading könnte erst angebracht sein. Ja. Ja. Ich habe schon. Ich habe schon einen Hammer geschoben. Exit und Flavius ist da noch gar nichts außer... Schlau mal. in Vegas hast du dann zwar auch so Sachen wie den 180 Trading Post, aber er liegt am Weg und ist realistisch, dass es so ein Ding gibt. Es gibt einen Einwender, der Essen verkauft für Leute und Betten. Genau, in einer Welt, die funktioniert, wo du sagst, okay, das sind wirklich Travel-Stops und die meisten Leute wollen ja eigentlich nur nach Vegas. Da machen diese Sachen weitaus mehr Sinn. Man wundert sich nicht, wer diese komischen Leute sind, die da überall... Passt. Ich schaue noch, ob es irgendwas gibt von den Special-Sachen. Da habe ich schon irgendwie verstanden, warum das Chinese Soldier einfach das Bessere ist. Und vor allem, warum beide dieselbe Munition verwenden. Ja, das haben sie irgendwie... Es gibt tatsächlich einen Hintergrund dazu, warum das ist. Ich meine, kann in der Fall und Welt ja sein, aber... Weil das Chinese Assault Rifle irgendwie die Verbesserung von den Chinesen war, von dem normalen amerikanischen Assault Rifle. Und das ist der Grund, warum es dieselbe Armut verwendet ist, dass sie die Armut von den Armys verwenden können. Krouse, ein Krouse war doch ein Vogel, oder? Puh, vielleicht... Paradise Falls, was ist das? Yes. Yes. To whom? To whom? To whom? The Slaves? Like, people? That's appealing. Appalling. It's the opposite of appealing. Okay, the Slaves. Well, everyone has to make a living. Yep. And if you're not tough enough to survive, at least you can be useful to those of us who are. Karma, do you know who you're dealing with? Let me in now. There's no need to flex. I was just playing with you. We know who you are. You can come in. Friendly warning. Oh, and if you want... Ah, wenn wir nicht das Karma hätten, dann müssten wir das Quest machen. Genau. I got this Mesmatron thing. It's some kind of stun gun. I'd like you to test it out for me. Should make getting slaves eep. You take this measure, shoot it at some poor schmuck. While he's in La La Land, you slip one of these collars over his head. Be careful with that collar. It'll explode if you tinker with it. Tell the slave to boot it over here pronto, or his head'll pop. Here's a list of special targets Eulogy wants enslaved. But feel free to put a collar on anyone you can. I'll pay you for each slave that arrives. Cool. Und, wo haben wir die Note? Orkansaw, der hat gar im Minefield. Ja, Red Dock in Bigdown. Susan Lancaster wird sich, glaube ich, nicht mehr ausgehen. Wir können den Slave Call an eine angenagte Leiche. Ja. Bigdown haben wir noch nicht gefunden. Und Flag in River City. Okay, den haben wir schon getroffen. Einer von den Händlern. Ja. Mhm. Ackansaw könnten wir eigentlich gleich holen. Was könnten wir da machen? Also reden wir noch mit Eulogy. Das zeigt jetzt, was passiert. Was das Leve Caller macht. Yep. Dem Kind könnte es eigentlich egal sein. Antsnore eines von hierher leiten Problemen. Da die cahte abge in auf und sich nicht zur Seite 3000kg. Tollen die anderen Geldt aus! Fertisch nickname für ihn doch 真的 nicht zur Seite. Einarer er wir draußen, nicht der Straße. Mroh, der bei uns besserSatz. Es istklargeräusch. Mroh, der hier. Ja. Ich glaube, der Eulogy residiert dort drin oder da davor. Jep. So, und sie dasselbe in Hauptslaver. Vielleicht ist einer von denen ein Shopkeeper oder sonst was. Ja. Ich schau mal, was... Ähm... Ist das wieder ein Pornostudio oder ist das ein Living Room? Living Room. Ah ja. Jeder kann sich jetzt seinen Teil denken. Äh... Okay, wir haben hier Frauen in Kleidern mit Slave-Colors und Pferden. Klo war aber, glaube ich, die, die man heiern kann, oder? Genau. Man kann sie kaufen, dann wird sie zum Companion. Was, glaube ich, nur ein Slang für Freier ist. Also, kann man sich schon denken, was hier passiert. War der nicht gerade auch noch da? Oh, da ist ein Bobelhut. Oh! 10 Punkte! Ähm... Das ist... Ja, wer... Das sind viel wert. Weil man jemals einen Punkt reinstecken wird. Ähm... Hä? Und dazu genommen ist noch jemand reinstecken... Undüs, das ist... Yeah, ja. Jo my Vul' Exact. Euhm natürlich lässt sein... Das ist... Äh. Mö... oder... Ich... Da hier ist der. T Bart. doch sucht und die Leute einfach irgendwo hinrennen. Doch, sie machen die Assumptions, was wir Sklaven kaufen wollen. Ah, im in der Markt für Bodyguards, like yours, ihr seilinninninnnn, ihr seilinninninnnn. Isn't she your Bodyguard? Why send her? I'm just going for Quentin Tarantino vibes. Sehr bequem. Auch keine Erkliere unterführen, hm? Miss Clover could be crazy for you. But I wish I could take her now, maybe later. Ah, ah, ja. Das heißt, wir müssen holen uns dann die... Wollen wir jetzt den... Wir können jetzt den Burschen aus... ...Gretich hier loswerden. Yeah, sure. Fuck it. The kids are a bit tough in the resale. I'll take him off. Fine, you get a deal. Good. Here's your cap. Now all you gotta do is put this collar on him and tell... Und wo reine die randomly hin? Okay. Hinterfrag's nicht. Es sind Fallout NPCs. Hä? Genau, erst haben wir dieses Quest. Okay, das heißt... Und wir können natürlich nicht fast-traveln, weil das praktisch wär. Wir... Hahaha, wir hat uns eine Waffe. Ah, was jetzt vorher passieren soll, das ist die Reaktion auf die Sklaven, die wegrennen. Ja. Und schön, dass alle gleichzeitig reden in dem Moment, wo man fertig ist. Ja, natürlich. Dann machen wir das und noch den Arcontrol. Arcontrol... Aber eines muss man lassen. Man kann bei dem Spiel... Man kann ordentlich böse sein. Es ist nichts zuerst von einem Spiel, wo böse heißt... Give three Snarky comments more. There's a lack of child in there. There's a lack of child in there. Ah, ich erinnere mich, ich erwarte dem Diner. Wir sollten dann auf jeden Fall, bevor wir... Was? Arcontrol, Tacklen, Sharon und Dogmeat abstellen, weil die sonst ihn umbringen, bevor wir in Passive fallen können. Das ist ein guter Punkt. Ich habe das gerade richtig auf der... Oh, und übrigens mit dem Mesmotron können wir jetzt auch hergehen und... Äh... Enclave Soldiers, falls wir auf solche kommen sollen... Äh... Stun... Und sie dazu bringen, dass sie einem die Rüstung geben. Mhm. Echt? Ja. Der Punkt ist jetzt einfach eine Nischenanwendung, wenn man sagt... Weil... Ich gehe mal davon aus, dass die meisten da dieses Spiel nicht als böse spielen werden. Statistisch. Und vor allem ich zum ersten Playthrough. Wo? Naja... Ähm... Es haben schon eher ziemlich viele Leute... Ding öfters durchgespielt. Ja, ja. Also das... Aber ich sage mal, warum ich da nie drauf gekommen wäre. Wo zur Hölle hat sich das Kind versteckt? Ah, in dem Haus. Was? Danke, Allmächtiger... Äh... Ah, ja. Heißt Willk, oder? Ja, okay. Ich hätte gedacht, dass es in seinem eigenen Haus sein kann. Ich hoffe, dass du mir einen Platz gefunden hast. Sure, ich habe einen plösevollen Platz. Hier, put das an. Boah, das ist schon böse. Äh... Es ist Paradise Falls. Willkommen, Magna. Es wird mir helfen, dass du einen Weg finden kannst. Du lucky devil. Ich kann nicht glauben, dass alles, was du für mich getan hast. Die meisten Leute würden mich aufhören, wenn ich aufhörte und schriebe, wie ich es gemacht habe. Ich nehme meine Sachen zusammen und gehe sofort raus. Komm, mich besuchen. Oh, wir werden! Oh, wir werden! Und dann seh... Und haut den Rest einfach ins Beach. Oder ich versuchte das auch, ja. Dann gehen wir mal... So. Äh... 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 Uh... Jetzt... Genau, dank dem... Perception-Punkt vom Ding. Ja. Da haben wir es doch eigentlich Bobbleheads gefunden. Manche Bobbleheads sind verdammt schwer zu finden, wenn man nicht böse spielt. Ja. In Paradise Falls gehst du als guter rein und bringst alle um. Das versteht sich eh von selbst, aber... Das ist auch nur... Rollenspiel-Kommentare. Ah ja. Da ist die... 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 Das ist schon von der Liste abgehakt, weil... Tod. Tod. Hm. Wo müsste der Punkt da im Moment... Was war es noch einmal? Das war ein Fly. Ah, weil die... Das... Ah, Big... Da ist da Big Town und wir sind dran vorbei. Nein, das ist die Polizeistation, weil wir müssen Red erst aus der Polizeistation. Ist der gefangen von Raidern oder sowas? Von Super Mutanten. Fast dasselbe. Oder effektiv wirklich dasselbe, nur dass der einen ein größeres Ziel als eine andere Waffe haben. Ja. Hold still, boy. Stay here, boy. Die meisten Minen haben wir eh schon. Oder müssen wir eigentlich irgendwas... Rüstet und messen wir daran aus und rennen einfach zu ihm hin. Stimmt eigentlich, wir haben eine Power Armor an und... Ist er überhaupt technisch feindselig, wenn du da auf Sachen schießt? Ja. You're right. Ich wollte kurz sagen, er hat den Weg zu sich nicht für mich. Yes, it did. Das muss ich ihm wetzt machen, weil er so schnell wegläuft. Nein! Wer wollte das Perk unbedingt nehmen mit Mysterious Stranger? Warum hast du jetzt gewetzt? Am I drunk? I think I'm drunk. Weil er so viel hin und her gerannt ist. Äh... I'm going to put this collar... Kann ich alle Sachen machen, oder ist einer? Ich glaube, du kannst alle Sachen machen. Hey, look across. Let me carry your stuff for you. Ja, put this collar auf. A slave? Okay. Und jetzt können wir theoretisch alle Häuser in Mainfield plündern. Jetzt hält sich das aus. Keine Ahnung. Ah, du meinst, wenn du den Key haben willst. Unter anderem. Yes, beim Pilot Light wollte ich schon immer haben und einen Kontakt. Sensor wird in der Welt. Wie brav diese Häuser erste Hilfekästler da waren. Ja. Blame in your heart. Ah, da, 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 da. Mainfield loot. Notable loot. Landmines. Danke für die Übringung. I would not have noticed that. Äh, nein, Pre-Word-Books. Stimmt, die ganzen Pre-Word-Books sollten wir eigentlich mitnehmen. Äh, weil... Dann gibt's Sketch. Ja, das wir eigentlich auch nicht brauchen, aber... Äh, in... Da, da, wir sind im Benson-Haus. Ja, Pre-Word-Book on top of things. Dann gibt's Tumblr's today. Prognet the Barbarian. Und... Okay, das zahlt sich schon. ...Utualism Illustrated. Und Pre-Word-Books überall. Was ist im... Open Model of Home. Da war... Ah, ich erinnere mich. Äh, ich hasse es. Vor allem, ich find's so komisch, dass wir so wenige bekommen. In New Vegas krieg ich die grad... Krieg ich die grad nachgeschmissen. Du musst dir vorstellen, ich hab die... Lol. Das DLC ein... Das ist das einzige DLC angefangen, das einem alles wegnehmt. Und hab... Dort schon über 100 Bobby-Pins bekommen. Ja, wenn's besser läuft. Also ich erinnere mich an einen Play-Tool. Da bin ich dann, um noch irgendeine Challenge zu haben. In dem Moment, wo's zum World, Ety, was auch immer ging. Bin ich... Bin ich... Nur mit einer Bobby-Pin ausgerüstet hingegangen. Äh... Das wird auf jeden Fall wichtig für New Vegas. Sexy Slippe. Uh, 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 uh. Also... Hast du schon ein Safe aufgemacht? Nein. Der da war? Ah, cool. Äh... Okay, so in jedem Haus ist ein Boo. So ungefähr. Das wäre da auf jeden Fall den... Äh, du kriegst das Doppelte von Scale-Büchern nehmen. Weil das... Ja, da macht's mir Sinn. Ja. Und du kriegst drei Scale-Points pro. Das heißt, äh... Alleine in den... In... An einer Stelle hätte ich dadurch alleine 18 Punkte Sneak-Skill bekommen können. So habe ich nur neun bekommen. Weißt du ja nicht, ob wir die Technik-Cally noch wehtun können, oder? Äh, ja. Aber ich habe keine Ahnung, wie... Das mit dem D-RT funktioniert. Ja, in dem ist es... Ich glaube, es ist einfach eine Flat Damage-Retaction prozentuell, aber... Aber wenn sie da einen Schadenspunkt machen, dann... Wir sind jetzt Level 13, richtig? Das ist richtig. Okay. Ja, und wir haben schon alles, was wir brauchen, um den... Ding aus... Um Cyborg zu werden. Das ist richtig. Außer Level 14. Ja, warte dran, wenn man tatsächlich Quests erfüllt, ja. Oh, es ist richtig. Oh nein, da zittern wir noch die Beine. bis das einfamilienhaus des seines sogar halbwegs finde ich hausig also man hat den eindruck dass das tatsächlich ein haus design ist wie er vermerkst aber halt auch wie die häuser teilweise alle dasselbe layout haben vier häuser das heißt wir sind an ersten vorbeigelaufen wenn ich weiß es wird eine spielmechanik sache aber nur zum thema kinder nicht mach nachmachen reale landminen blinken und tüten nicht fünf sekunden beziehungsweise werden aktiver man drauf steigt und wenn man nicht einfach weggelegt genau und haben keinen proximity sensor die leistung diese radios haben da oder eigentlich die sender damit das radio empfangen kann da liegt doch in der schachtel meint das drauf oder bin ich ah nein garnition liegt drauf ist jedes mal die ganz 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 uns was zwei mal bügel ist im illustrator gefunden Wir haben uns jetzt übrigens auch den Scrap It Launcher geschenkt, den Teil aus Random Shit verschießen kann. Der aber technisch nur Sinn macht, wenn man ihn extrem früh im Spiel kriegt. Äh, ja. So, machen wir einen Check. Wir haben DC Churn of Internal Medicine, Korognak the Barbarian und zweimal Pugelism Illustrated. Uh, cool. Tumblr's today. Das brauchen wir aber nicht mehr. Und Tumblr's today, du hast recht. Wir schauen unsere Skills jetzt aus. Moderat. Nice. Barte, lächerlich, aber nicht wichtig. Ich bin ganz... Wir haben uns ein bisschen langer Eis jetzt ja eigentlich auch ein bisschen unterentwickelt. Energy Weapons auch noch ein bisschen, hm? Ich hab gedacht, äh... Gatling, da ist das Energy Weapons. Ja, und dass der Missile Launch Explosives ist. Tja. Interessant. Ja. Äh, siehst du, wie unklar er ist, ja. Ja, es... Science Guns. Also, es geht eigentlich. Darum finde ich es, wie sie das in New Vegas gemacht haben, eigentlich viel besser. Und den ganzen Teilen danach. So. Also, du willst mit dieser Einwaffen-Kategorie besser werden. Hier hast du Guns. Und hier hast du das, was sie generell halt besser macht. Und hier hast du irgendwelche Perks, die sie besser machen. Punkt. Let's go. Eho. Passt. Lass uns doch den unseren Skraven abholen. Genau, und dann beenden wir die Episode, so. Wir müssen ganz ehrlich... Den anderen hinterherrennen... Muss gar nicht sein, weil wir haben das jetzt vorgezeigt, wie es funktioniert. Wenn wir nicht vorbeikommen, whatever. Ja, aber... Ah... Wir haben endlich den Sniper, Arkansas, in einem Kuller. Du hast keine Ahnung, wie viele gute Männer den Kuller in den Kuller gelegt. Ich bin empfunden, nicht zu verhören. Nur, damit wir ihn verhörten können. Use ihn für Target-Praktik oder so. Oh, ey. Hier ist ein anderer Kuller. Bleib die Huchis in den Kuller, und du wirst in kein Zeitpunkt reinkommen. Ich sage das, und dann 250. Was ist mit ihm? So, und dann ein Kind? Egal. Das ist Eulogy. Okay, ja, aber dann machen wir wieder mal... Ach, ein Haki, mach. Und da würde ich eigentlich auch gerne einen Clover kaufen. Was braucht ihr? Sehr gut. Ja, er hat ein bisschen was. Müssen wir dann gleich die Power aber für sie mitnehmen. Ja. Das machen wir drinnen, wenn wir uns dann... Ja. ...nicht bewegen müssen. Ich glaube, du kannst auch einfach dann auch Sharon sagen, er soll warten. Sie holen. Ja, aber wir müssen Sharon auch im Ende irgendwo deponieren, wo wir ihn wieder finden und abladen können und so weiter und so fort. Er geht nie zurück nach Anderworld. Gut. A badass like you. You deserve a cut of everything. Hey, thanks. Gib mir die Arme. Ach ja, stimmt. Und wenn man gut ist, kommen auch die Lenkleid her und geben einem irgendwo was. Ja, das haben es in der Wege-Retter nur reduziert auf Reside, wo entweder kommt wer hin von den Kings und sagt so, hey, der King findet das super, was du machst, hier hast du eine Belohnung. Oder irgendein... Der. Hä? Ah ja, die Kinder kann man ja dann kaufen für... Genau. I don't like the look of this place. Verständlich. Ah. Ich kann doch nicht zusammen schmerzen. Genau, bei dem, was ich so lustig finde, irgendein... Ja, mir irgendwas zu finden. Ah. Äh, da in New Vegas in Reside kann es passieren, dass dann irgendwelche Leute, äh, so junkies and fucks auf einen zurennen, sich mit einem prügeln wollen, dann realisieren, wer er mal ist. Und dann so, äh, ja, hier habt ihr das, ich brauch's eh nicht, aber bitte lasst mich am Leben. Und dann weglaufen, wenn man böses Karma hat. I reconsidered. Ah, jetzt kommen wir gleich so die guten Sachen, ich schau dir das an, haha. Ah, so. I don't like the look of this. Ah, you're fired. My comment. Uh-huh. Uh, let's up to... Er bleibt genau dort stehen, wo man es mir sagt. Ja. Wie irgendein guter Mensch. Wir hatten schon... La-di-da, la-di-doo. Ja. Ah, wir müssen Charon feuern. Nein, Dogmeat zählt nicht dazu. Erfeuer, 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 ja. Ah, ist das... Ja, das ist das, das ist der Dismiss-Dings-Dialog. Ah, okay. Ja, das ist, was du übrigens nicht verstehen würdest. Ja, da war's nicht. La-di-da. Äh, bäh, bäh. Mein Name ist Clover. Ich höre das, wie sie mit dem Player-Charakter redet. I'm deeply crapped out by her. Now she looks fancy. Well, ein bisschen musst du selbst ausbauen. Ja. Jetzt aber interessant. Machen wir Bohrhammer-Style mit. Power Armor und Hut. Sie ist aber recht, äh... Schon fies. Der Ghoul kriegt den Power Armor-Helm aufgesetzt und die Frau kriegt den... Ja, aber sie ist... ...den ich sehe, nichts Hut. Ja. Sorry. Sie ist aber ein ziemlich starker Companion, was ich mitbekommen habe. Vor allem, wenn sie eine gute Rüstung anhat. Ja, es gilt gleich für alle von denen. Das kann. Gut, ich meine, der andere... Wir haben vergessen, der andere böse NPC, Jericho, den killst du ja aber noch einfach als böser Charakter, wenn du nicht aufpasst. Yep. Ja. Kater. Okay. So, es ist die Episode aber wirklich lang genug. Ja. Wir danken euch fürs Zuschauen und sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Professor Play Scroilt Harten in Fallout 3. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020